so servus und hallo leute ich bin's wieder allmeist willkommen zu einem neuen was liegt an ihr habt es gemerkt bestimmt auf meinem kanal war es jetzt sehr lang mal wieder ruhig ja hatte viele gründe einfach ihr seht schon hinter mir ist ein bisschen was passiert hier ist auch einiges passiert ihr seht es nicht weil die kamera dort steht nein grund meiner abwesenheit war einfach mein kleiner bruder ist umgezogen wie ihr schon aus den meisten videos mittlerweile mitbekommen hat ist mein bruder mein materialgeber so wie es ihr auch hier schon wieder seht hier hat sich einiges angestapelt mittlerweile ja wie gesagt sau schönes wetter heute draußen deswegen kann man auch wieder schöne videos machen nein ja ich habe hier zu hause umgebaut und mein kleiner bruder ist wie gesagt schon umgezogen da wird aber noch demnächst eine room tour auch auftauchen hier auf meinem kanal dass ihr mal seht was alles abgeht bei meinem bruder so wie bei mir hier ja wie gesagt ich habe mein schreibtisch umgebaut ihr seht es sieht fast alles gleich aus ich habe meine tastatur meine maus hier mein gamingpad von corsair ansonsten das was umgebaut ist hier leider nicht das ist einmal mein 32 zoll monitor ist geblieben den 46er habe ich verkauft haben wir dafür links und rechts davon jeweils ein philips 243 v geholt um einfach ein dual monitor system auf meinem pc zu erstellen mein pc ist mittlerweile hier unten nicht mehr hinter den nicht mehr hinter den monitoren ich habe zwei riesen standboxen hier aufgebaut wie hier seitlich auch nicht zu sehen eine yamaha mega anlage die super viel power leisten kann darüber höre ich dann halt meine musik vom pc ja ansonsten das war mal so mein kleiner schreibtisch umbau dann hinter mir meine schrankwand ihr seht es hat einiges geändert es ist einfach zeit geworden die assassin's creed figuren rauszunehmen einfach aus dem grund weil ich keinen platz mehr dafür habe bzw ihr wisst ja ich bin von oben von meiner riesen wohnung ein paar stock wege nach unten gegangen einfach um meine ruhe zu haben dass mir keiner auf den senkel geht dass ich hier unten einfach mein youtube machen kann für euch ja das heißt ich hatte meine spiele drüben im anderen zimmer was hier hinter dem hinter der tür ist das problem ist ich habe auch dort keinen platz mehr gehabt das heißt ich habe die figuren wegpacken müssen und habe alle meine spiele hier in den schrank getan zum meinten ps3 ps4 ihr wisst meine ganzen spiele habt ihr gesehen alles ist hinter mir im schrank ja ansonsten jetzt kommen wir mal zu dem gaming zimmer meines bruders ja es ist riesengroß hat glaube ich 30 quadratmeter es stehen darin fünf riesige von diesen von diesen ja von diesen doppelt billy regalen stehen fünf stück drin dann zwei von diesen cd regalen sind drin ein schreibtisch der unglaubliche abmaße von zwei meter 50 mal ein meter 25 das ding ist dermaßen riesig mein schreibtisch kommt mir schon groß vor ich habe einen schreibtisch von zwei meter auf meter 20 nur das heißt er hat aber 50 cm länger und fünf zentimeter tiefer unglaublich riesiges teil er hat aber aus einer tischlerplatte gemacht die wir dann mit lack oder mit parkett lack bestrichen haben ja riesiges ding dort stehen aktuell drin noch ps2 ein ps3 original aufsteller ja ihr werdet sehen im video das wird ein ewig langes video wahrscheinlich wieder sein dass euch mal alles zeigen kann was da überhaupt drin steht für unglaubliche sachen wie gesagt die sachen die hier stehen da komme ich gleich noch drauf und die werden dann auch alle dort zu sehen sein unter anderem ein call of duty black ops 3 kühlschrank halo 5 collectors edition was steht noch remis gesagt die die aufsteller von einer ps1 ps2 und ps3 leute da steht so viel zeug drin das ist unglaublich das heißt wenn man ein paar youtuber hierher kommen weil ich weiß was an ihnen richtig wollen auf jeden fall kommen denen werde ich das zeigen das ist unglaublich auf den videos wird es wahrscheinlich nicht so krass rüber kommen aber vertraut mir das ist absolut der hammer die diese räumlichkeiten ich bin sehr bach wenn ich jedes mal da hingehe ja das war jetzt mal so dass zu dem gaming zu meinem bruder ja ihr werdet sehen ich will euch nicht zu viel vorweg nehmen es ist einfach nur riesig 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 bombastisch ja dann nächster punkt auf meiner liste am pc die gamescom ich bin wieder da ich werde wieder von mittwoch bis freitag in köln sein jetzt kommt aber der kleine haken ich werde mittwochs nicht auf der gamescom sein da ich dieses jahr keine karten mehr bekommen leider ist so donnerstag freitag bin ich da donnerstags werde ich den ganzen tag nur rum rennen also wenn er mich sucht eher schlecht weil ich bin entweder eine warteschlange oder ich renne einfach nur irgendwo planlos rum um alle spiele zu spielen zu können freitags wenn ich es wie ich schon mitbekommen habe unter der youtuber community wir werden freitags wahrscheinlich wieder treffen halten ich gehe mal davon aus zwischen halle 5 und 6 wieder so um 16 Uhr ja das war's zu gamescom ja wenn wir schon bei der gamescom waren ich war natürlich auch live dabei bei der e3 live dabei ja ich war vor dem pc gesessen habe mir das ganze gegeben es sind viele 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 knallertitel dabei ich mag aber nicht darauf eingehen wenn ihr sehen wollt was alles da war dann verlinke ich euch den sannin richi hier unten ins video damit ihr sehen könnt was alles dort war was was denn ihre kaufempfehlungen sind meine kaufempfehlungen werde ich vielleicht auch noch doch noch in einem kleinen extra video euch präsentieren ansonsten e3 war hammerlang für mich dieses jahr ich bin zweimal fast eingeschlafen es liegt aber nicht an den inhalten die präsentiert worden sind sondern einfach daran dass ich einfach müde war das war so schlimm dieses jahr für mich ich war alleine mein lieber kollege steht sie wie hier noch der stuhl steht konnte leider dieses jahr nicht mitkommen aufgrund von seinem geschäft hat er irgendwie nicht frei gekriegt weil irgendwelche leute gemeint haben kurzfristig irgendwie immer blockieren zu müssen kann ich auch nichts dazu ja das war dann so e3 wie gesagt video kommt dann unten vom sannin richi über alle präsentationen glaube ich wenn ich richtig gesehen habe was gekommen ist in der kurzen zusammenfassung wie gesagt verlinkung ist unten schaut bei denen rein lasst am besten ein kleines abo für die da ja dann nächstes thema bei mir ich habe mich bei gate to the games beworben um eine stelle als entpacker oder Unboxer für tatsächlich Achtung ich zeige es euch pokémon karten ich stehe auf pokémon karten wie noch etwas es macht einfach spaß mir die zu sammeln ihr seht ich habe hier schon einen Haufen ich sehe jetzt ganz klein auf dem Bild hier es macht mir spaß ich sammle sie gern habe früher gern gesammelt heute immer noch gern hin und wieder ist mal ein Päckchen drin für mich ja wie gesagt also die Bewerbung läuft noch wenn das alles gut läuft und die Leute von gate to the games mich nehmen dann werdet ihr mich in Zukunft auch auf denen ihren Kanal sehen als Unboxer ich freue mich schon ja dann Einkaufstour jetzt kommen wir auf dieses Zeug hier hin zum reden wir sind mehrmals nach Essen gefahren hintereinander ich glaube das waren glaube ich viermal oder so sind wir nach Essen gefahren das ist von mir aus hier so um die 330 Kilometer einfach entfernt super weiter Weg ich bin alle viermal selber gefahren dorthin alle viermal ist nichts mehr mit rausgekommen wir haben noch jeweils einen Spiegel glaube ich für die Gamecube ihr seht ja hier ist meine Gamecube Wand ja wir waren beim ersten Mal haben wir es schwer abzumessen für euch ihr seht es halt nicht richtig so eine große Lampe geholt von Xbox 360 die hängt mittlerweile als Deckenlampe bei meinem Bruder im Gaming Team die werdet ihr natürlich auch sehen ja dann waren wir nochmal in Essen haben ne haben wir noch geholt ich weiß es gar nicht was mir so alles geholt hat zumindest wir waren auf jeden Fall einmal in Essen das war ein Megakauf das war ein Sammler bei dem bedanke ich mich heute noch dafür dass wir ein mega Einkauf gemacht haben Leute wir haben 500 Euro dort gelassen 500 Euro es ist für manche ein halber Monatsverdienst für mich ist es ein ganzer Monatsverdienst ich verdiene nicht viel als Schüler deswegen bin ich dennoch riesig froh dass mein Bruder und seine Freundin einfach dieses Geld aufgebracht haben diese Sachen zu kaufen damit ich sie hier auf dem Kanal vorstellen kann wir haben hier hinten dieser ganze Stapel drüben im anderen Zimmer steht noch ein großes Paket ich werde aber nicht verraten was im großen Paket drin ist weil das dürfen sie dann die Tage natürlich auf meinem Kanal hier sehen was da drin ist es werden viele Videos ich werde jetzt alles unter extra in eine Playlist setzen dass ich dann sage hier das, 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 das ich werde euch mal ein paar kleine Knalle verraten das ist auf jeden Fall hier die Watch Dogs Vintage Edition wo lediglich der Soundtrack eine Collectors Box und so drin ist das ist nicht viel das ist auf jeden Fall mit dabei dann natürlich ne das war nicht das was sein sollte dann Halo 4 Watch Dogs die Dead Sec Edition dann Halo 3 Anniversary Edition ne Legendary Edition mit dem Helm drin dann die Halo 5 Collectors Edition ich sag euch das ist ein totales Halo Unboxing in dem Fall ja und drüben steht ein wirklich so hohes Paket ihr seht meine Hand geht aus dem Bild raus es ist riesengroß freut euch auf jeden Fall auf dieses Unboxing ich mach hier ein kleines Rate Quiz für euch es ist im Trailer vom Sunny und Richie zu sehen was ich als Mega Ding unboxe ihr werdet sehen bleibt dran ich sag's euch es kommt die Tage das war wieder ein ich sag's euch fahrt muss 660 Kilometer in einem Tag nur um irgendwelchen Gamer Müll zu kaufen das ist brutal man ist einfach 6 Stunden unterwegs und 6 Stunden Auto fahren ja einfach krass ja dann komme zum nächsten Punkt leider ist das meine Schuld ja egal was auf dem Kanal passiert ist ist meine Schuld das war daher nein wir waren auf dem Flohmarkt im April und im Mai ihr habt's gemerkt es sind keine Videos vom Flohmarkt gekommen das liegt aber daran dass mein Bruder ja umgezogen ist und ich auch teilweise hier das heißt die Sachen sind alle verschleppt gewesen und schon zum Großteil eingeräumt mittlerweile in die Regale das heißt es werden auch keine Videos dazu kommen das ja ich werde euch mal ganz kurz so grob sagen was wir dort gesammelt haben unter anderem ich habe hier noch ein Teil das ist einmal das Niche Hero 2 Set mit Turntable und dem Spiel 1 und 2 das war auf jeden Fall einer unserer coolen kleinen Highlights haben wir glaube ich 5 Euro oder so bezahlt für das Ding super billig was haben wir noch gekauft ich habe mir so 2-3 Gamecube Spiele organisieren können das war unter anderem Need for Speed Underground 2 Carbon also Need for Speed Carbon dann habe ich mir irgendwo liegt es sogar hier noch warte 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 ist es da ja ne ich finde es gerade nicht ne ist es nicht dabei weg ist es seht ihr so schnell sind die Spiele weg bei mir ähm Tony Hawk's Pro Skater 2 für den N64 geholt weil ich das einfach unbedingt spielen wollte super Spiel super Spiel ich freue mich tief drauf das endlich mal spielen zu können der Umbau ist fertig weil mein Bruder müssen nur noch die Konsolen aufgestellt werden dann kann ich dort endlich spielen weil ich werde bei mir hier nicht mehr alles aufbauen ja das war glaube ich im April was haben wir im Mai geholt im Mai das ist noch relativ zeitnah da war glaube ich nichts für mich dabei das heißt keine Gamecube Spiele aber es waren doch es waren ein paar Sachen dabei aber gar nicht für Gamecube wir haben glaube ich um die 15 PS2 Spiele wieder geholt dann PS1 Spiele war glaube ich was für mich dabei ansonsten ich habe noch Bilder glaube ich irgendwo ich glaube es sogar auf meiner Facebook Seite da habe ich Bilder hochgeladen ich werde es dann jetzt suchen wenn ich es noch finden sollte das Bild dann werde ich euch natürlich hier links oder rechts irgendwo einfach einblenden kurz dass ihr seht was im Mai war wir haben auf jeden Fall von allen Fotos gemacht das weiß ich nur ach ja genau Mai jetzt fehlt mir das gerade ein von wegen Mai das war nämlich genau auf der Heckklappe von meinem Bruder seinem Peugeot Cabrio wir haben geholt PS2 Vertikal Ständer von der Fat Lady und was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe das ist krass ein ein Horizontal Ständer für die PS2 wo dann lediglich vorne eine so große blaue Leiste unten über die Schlitze oder über die Lüftungsschlitze von der PS2 sind ich habe das noch nie im Leben gesehen das ist für mich auf der einen Seite eine Fehlkonstruktion auf der anderen Seite eine extreme Rarität haben wir pro Stück 10 Euro bezahlt das gute ist wir haben auch noch für die PS2 Slim Version zwei Vertikal Ständer in original Verpackung gekriegt zu alles top für 10 Euro jedes top top also 4 Ständer 40 Euro top deal auf jeden Fall was haben wir noch geholt ein Guitar Hero World Tour Drum Set für die Wii haben wir auch glaube ich 18 Euro oder sowas bezahlt das war sein letztes Geld ja das war es ach ähm ich habe noch was ein kleines Zelda Link's Awakening glaube ich für den Gameboy Classic ich glaube Link's Awakening war es keine Ahnung das war das erste Zelda glaube ich für den Gameboy für 8 Euro habe ich mir geholt top top deal für mich war wieder super auf jeden Fall ja somit sind die Videos für April und Mai leider ausgefallen jetzt im Juni gibt es keinen Flohmarkt für euch weil einfach keiner stattfindet ich wurde von meinem Retro Händler zwar angesprochen ob wir irgendwo 100 Kilometer von hier entfernt auf einem Flohmarkt fahren aber das Problem ist ich habe einfach kein Geld gehabt den Monat wegen meinem Umbau und ja aber erfreuliche Nachricht im Juli geht es weiter danach ist ähm ein Monat frei das heißt August gibt es wieder keins aber da kommt sowieso die Gamescom da kommt ein riesen Gamescom an Boxing Unpacking ich weiß nicht mal wie es heißt das heißt von mir vom Stezi von meinem Bruder seiner Freundin vielleicht noch von ein paar anderen je nachdem welche Sachen ich jetzt zur Verfügung stelle kriege auf jeden Fall es wird ein mega Unboxing das weiß ich jetzt schon gut es ist natürlich abzuwarten was auf der Gamescom angeboten wird ja ansonsten September geht es weiter glaube Oktober November kommen dann auch nochmal zwei Flohmärkte ich werde auf allen vertreten sein diesmal werden dann wieder auch alle Videos kommen versprochen ja ansonsten ja war es das auch vor meinem Flohmarkt hier ansonsten das letzte mein Sendeplan für die Zukunft ich bin gerade dabei ein Let's Play aufzunehmen von Resident Evil weil der liebe Stezi und ich haben uns die gesamten Resident Evil Spiele für die Playstation 3 und Playstation 4 gekauft weil sie irgendwann einmal im Sale war für ich glaube 80% des Preises haben wir ne 20% des Preises haben wir nur noch bezahlt weil 80% Nachlass war dann haben wir alles gekauft alles geholt wir haben glaube ich 120€ bezahlt anstatt irgendwas von 500 oder sowas ja wie gesagt wir haben alle geholt wir werden zu allen ein Let's Play machen es wird aber noch ein bisschen dauern bis das auf dem Kanal hier erscheint weil einfach wir ich diesmal warten will bis wir einen Puffer haben von ca. 10 Folgen und dann werden wir kann ich am wöchentlich hochladen weil der liebe steht jetzt auch nicht immer Zeit so wie ich ja ansonsten Sendeplan weiterhin geht es jetzt mit einem was liegt an kommt jetzt regelmäßiger auf jeden Fall je nachdem wie halt die Sachen da sind ansonsten habe ich eine Überlegung im Kopf mit also mit einem Kooperationspartner das heißt den Big Beer den werde ich euch auch nochmal hier unten verlinken ein super Typ und ja Sendeplan ansonsten diese Woche kommt natürlich noch die Unboxings zum Großteil von den Halo Sachen der Sache was draußen steht und die Roomtour wird auch noch denke ich mal Ende des Monats wahrscheinlich noch kommen ansonsten war es das von mir mit einem was liegt an etwas länger diesmal mit knapp 18 Minuten wie gesagt ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt wenn es euch gefallen hat lasst mir natürlich einen Daumen da ansonsten wenn euch meine gesamte Arbeit hier gefällt lasst mir ein Abo da ich freue mich tierisch darüber ansonsten wünsche euch einen wunderschönen Tag haut rein das war's von mir euer meist Servus